Aber da oben ist ein Vieh. Zack, zack, bam und down bist du. Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Risen, dem coolen Rollenspiel. Beim letzten Mal haben wir ja das Bier gebracht, äh, Frau von Don, der handelt mit Kräutern, sind einmal gestorben durch diesen blöden Vieh da hinten, da was da rumsteht. Überall kriechen wir mal rum, überall ist es gefährlich. Und Prager, wenn mich der Name nicht irrt, will den Aufstand gegen Don machen. Und wir haben noch so einiges zu tun hier in diesem Lager. So, dann gehe ich einfach mal runter. Dem haben wir ja letztens mal eine Warnung gegeben, dass er weiter arbeiten soll ohne Kampf. Da kommen wir vorerst nicht durch. Aber sieh dir den riesengroßen Goldhaufen da hinten. Mann, oh, ich will Gold haben. Man kann auch ein Teil verstehen, warum die Leute ein bisschen ausflippen, wenn da so viel Gold ist. Und so wie ich gehört, und so wie es, ähm, krägeltet, soll ja hier dann ein Teil vom Gold abgeben. Mal sehen. Mal sehen. Ist ja ein toller Trick. Ist ja ein toller Trick. Und wie genau hast du dir das vorgestellt? Hm. Ich würde sagen, du haust ihm ordentlich aufs Maul. Und wenn er am Boden liegt, nimmst du es dir einfach. Hast du einfach gesagt? Ha. Wenn ich es selbst könnte, hätte ich es wohl schon getan. Okay. Ich glaube, wir brauchen nur noch ein, zwei, äh, Schwertstücke. Dann hätten wir das auch. Lorenzo, der interessiert mich grad nicht. Was denn das für ein Freak? Nur ein Schurke. Nichts besonderes, Craig. Verkauf mir dein goldenes Bruchstück. Na gut. 100 Gold. Besorgt er erst mehr Gold. Ja, okay, okay. Ich überleg's mir, wie du meinst. Jetzt gehen wir über die Arena. Ich bin auch, äh, da-da-da-da-da-da-da. Wir müssen erstmal viel stärker werden. Oder ich geh zu den anderen, ähm, am Hafenstadt-Dingsbomst. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Nein. Erzähl mir was über dieses Lager. Bist noch nicht lange hier, was? Nö. Also pass auf, ich mach's kurz. Wenn du essen willst, musst du dafür arbeiten. Aber wenn du hier bist, um abzusahnen, gehst du besser zu den Kuttenträgern in der Vulkanfestung. Hier wird dir jeder die Hand abschlagen, wenn du dich an den Sachen anderer vergreifst. Klar? Und jetzt geh wieder, ich hab zu tun. Ja, ja, ist sehr gut, Junge. Hallo. Was ist? Nix mit dir, Alta. Solltest du nicht an der Ausgrabungsstelle im Sumpf aufpassen? Sagt wer? Der Arbeiter Danny. Er wartet schon seit Ewigkeiten auf deine Unterstützung. Arbeiter sind mir egal. Ist ja interessant. Was machst du hier? Wache schieben. Und? Wie läuft die Wache? Beschissen. Wieso? Stell du dich mal Tag und Nacht in den Sumpf. Bist du kalt? Nein. Hier stinkts. Ähm... Was machst du hier außer Wache schieben? Als Lager verteidigen. Gegen was? Biester. Welche Biester? Die aus den Ruinen. Also äh... Partner mit dem man sprechen kann jetzt auf jeden Fall nicht. Wo genau sind diese Ruinen? Überall da wo der Boden Buckel hat. Wobei ich heute herrsche ich aber ziemlich kurz. Hast du in letzter Zeit solche Biester gesehen? Ja, da hinten bei der Ausgrabungsstelle mitten im Sumpf sind welche. Und? Machen mich nervös. Warum? Sie sind eklig. Ist nicht wahr. Bist du ein guter Kämpfer? Zum Bauern klatschen reicht's. Ja, so siehst du auch aus. Wer hat hier das Sagen? Der Don. Wer? Der Kerl im Tempel. Ach. Komm, jetzt rede mal ein paar Worte mehr als nur. Der Don. Das. Die. Du da. Du bist nicht gerade ein Mann der großen Worte. Wozu auch? Ich kenn dich doch überhaupt nicht. Was macht euer Don im Tempel? Geschäfte. Welche? Das geht dich nichts an. Doch. Ich wette du hast keine Ahnung. Ist mir egal. Erwischt. Dir irgendwas aus den Knochen zu leiern ist deine Qual. Du stellst dir falschen Fragen. Okay. Versuchen wir es mal damit. Was wäre es dir wert, wenn ich die ekligen Viecher für dich töte? Ah. 30 Gold? 30. Oh mein Gott. Die ekligen Insekten im Sumpf sind erledigt. Gut. Hier ist dein Gold. Ja. So mag ich das. Kurz und schmerzlos. Ich auch. Schon gut. Oh mein Gott. Kannst du mich trainieren? Ah. Weiß nicht. Gegen Gold? Meinetwegen. Aber ich spiel nicht das Kindermädchen für dich. Ich zeige dir wie du mit der Armbrust schießt. Nein. Mehr nicht. Später vielleicht. Also die Unterhaltung war jetzt sehr cool gewesen. Nicht? Ein Gott. Das hat man nicht so. Nicht so äh. Letzend sein. Eine einfache Träume ist hier auch keiner. Die kann man ja die plündern. Und da. Ja. Die haben wir ja schon geblündert. Ich hab nix. Gesagt. Hat er nicht hier irgendwo hier. Ne da war nur so viel. So. Die haben ja auch denke ich mal geblündert. Okay. Haben wir die schon geblündert? Yes. Dann schließen wir mal wieder die Kiste. Und da waren wir. Hier gibt's was im Ausbotteln. Hier ist was vergraben. Richtig. Schaufel rein. Erde raus. Schaufel rein. Erde raus. Schaufel rein. Erde raus. Schaufel nicht rein. Kiste raus. Schaufel nicht rein. Was da drin ist. mein gott sind die kisten trägisch und staubig vokal cool wir bestimmt so 15 20 25 35 gold dafür alle sind stachelschweine da ich mal nicht lang jetzt sind sonst noch irgendwo was ausbuddy das schnelle sprechen natürlich nicht vergessen ist ja auch keine gut da ist ein stachelschwein ich weiß nicht ob es allein ist sieht aber so aus kompon 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 erledigt was hast du davon trotzdem muss ich hier aufpassen nicht dass irgendwo dann auch wenn man vier auftaucht ich glaube der baum ist irgendwie so ein bisschen am rumschweben ok ok hier sind irgendwo stachelschweine scheinen uns aber in ruhe zu lassen zwar gerade nur eine warnung ok sind wir beide runtergefallen da muss man wirklich echt gut aufpassen ich gehe mal kurz wieder da runter und zu diesem tipp da hin ich bin gespannt was er zu erzählen hat warum der da nur rumhockt stirb ich habe vergessen steam auszumachen so offline gibt es ja außenrum noch irgendwas zu sammeln da ist noch ein zeug so jetzt können wir vielleicht ich gehe nicht mehr zurück ich gehe nicht das kannst du vergessen vielleicht hab verstanden du willst nicht zurück wo genau ist das zurück du bist nicht von hawkins geschickt worden weißt du er will nämlich dass ich wieder zur ausgrabung da drüben zurück gehe ich gehe da aber nie wieder hin nie wieder verstehst du ok wer hat dir denn den tag versaut sie sind überall muss dich nur mal umsehen dann wirst du schon sehen diese fürchterlichen schreie und dieses geflüster ich kann es kaum ertragen was für ein geflüster wovon redest du da na hör mal hast du denn nicht die schrecklichen tempel gesehen die überall aus dem boden gedrückt doch was glaubst du denn wer die erbaut hat der ganze krempel dieser ahnen liegt hier überall in der gegend und die idioten im banditenlager haben nichts besseres zu tun als ihre gräber zu schänden die ahnen werden sich dafür fürchterlich rächen glaub mir aha entspann dich mal kollege ehrlich du tor verstehst du denn nicht sie sind hier überall sie werden aus ihren gräbern steigen um sich an uns sterblichen zu rächen ihre ruinen die aus dem boden geschossen sind sind nur die vorboten bald werden sie sich zeigen und dann sind wir alle verdammt wir alle verstehst du nö ich geb mir mühe ah Hawkins hat mich beauftragt dich zur arbeit zu bringen verdammt hab ich es doch gewusst ich geh aber nicht das kannst du vergessen muss ich dich erst zur arbeit prügeln schlag mich ruhig nichts kann schlimmer sein als von den geistern der ahnen erwischt zu werden solange ich keinen schutz gegen die ahnengeister habe gehe ich nirgendwo hin such dir einen anderen idioten für den shop nimm doch dwight der hat sowieso nie was zu tun ich bleib jedenfalls hier ich hab hier etwas zu deinem schutz du willst mich doch bloß verarschen was ist es denn tja es ist ein amulett man sagt ähm ja es soll böse geister verjagen wirklich dann her damit zeig mir das amulett ähm klar hier hast du es ja das ist es endlich das wird mir helfen ich spüre seine magische Wärme natürlich ist das warm ich hatte es in meiner Tasche was wie machst du das weg ist es oh mein Gott gehst du jetzt wieder graben vielen Dank mein Freund nichts lieber als dass ich grabe dir alles aus alles fang erstmal mit deiner Ausgrabungsstelle an aber natürlich ich mach mich sofort an die Arbeit gut so haben wir einen Kampf wieder gespart ich guck grad mal was wir machen können müssen Lackbuch die Arbeiter sollen wieder arbeiten ich glaub dann geh ich mal doch zu hocken ich hoffe dass er jetzt nicht unterwegs verreckt das wäre nicht so toll gut der geht woanders der lang da ist ein Stachelschwein auch au 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 verdammte Mist wir hat uns fast gekillt das gibt's doch nicht dann müssen wir ein Drunk uns gönnen gut dass ich gespeichert habe so da war ja nichts mehr dann geh ich mal zu Hawkins ah da ist der also verstehe aber egal habe ich schon für euch alles gemacht und mir das ganze Zeug einkassiert das ist das ist ich hab mich jetzt wegen diesem einheim erschreckt ich hab gedacht so ein Stachelschwein oder sowas aber das war's ja nicht Hawkins wo bist du das ist nur ein blöder Handlanger das ist nicht Hawkins das ist Hawkins Enrico arbeitet wieder an seiner Ausgrabungsstelle tatsächlich? wie hast du das denn geschafft? hm frag besser nicht na gut dank dir hier nimm das Gold yay wieder nur 5 ähm Goldrausch Rachel erzählt mir dass die Hefe des Golds für den Don geborgen wird verschwindet ok Rachel lässt mich zu Don ich muss mir etwas überlegen damit sie mich mit ihm sprechen lässt lass Danny wieder wuddeln ich sollte die ekligen Sekten an Danny auskommend töten damit er wieder arbeiten gehen kann Danny wer war nochmal Danny 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 kann es sein dass Danny bei der Arena war? weiß ich gar nicht mehr so genau verdummt ihr mich da ist er doch ist er das? yes ich fürchte es wird keiner der Kämpfer kommen um dich zu unterstützen ach ja? habe ich mir schon fast gedacht egal ich danke dir trotzdem für deine Mühe kein Thema oh was weißt du über ein gewisses goldenes Schwert? hab davon gehört ich glaube auch ein Bruchstück von so einem Ding bei meiner Ausgrabungsstelle gesehen zu haben ach ja ich wollte es gerade bergen da kamen diese riesigen Insekten verstehe deine ekligen Insekten sind weg du kannst wieder zur Arbeit sind sie auch wirklich nicht mehr da? nein wirklich nicht na gut ich glaube dir dann will ich mal wieder an die Arbeit gehen was? jo macht das und dann können wir auch gleich die Kiste blündern wenn er weg ist los verschwinde schneller einfache Ruhe und da ist bisschen was gutes Zeug für uns drin ok Stärke 15 wie viel Gold haben wir denn? ähm 130 was ist denn die nächste Aufgabe? Macht gerangel ich muss welche irgendwie beweisen dass Brugger den bei den Jungs abkassiert ich möchte will dass ich hier 10 Keulen und hohes Blech bringe vielleicht habe ich hier schon mal 10 können dann könnt ihr einfach mal abgeben ok das nächste werde ich denke ich mal oder? wird es hier irgendwas besonderes? hä? ok jetzt sind wir einfach mal einfach mal so ein bisschen außen rum gelacht einfach einfach mal wiii ach gut es gibt auch Falschaden mhm Broga du Arsch Rachel ich habe glaube ich vielleicht Fleisch du machst das schon gibt es was besonderes? ok wir haben noch keinen 10 Keulen großfleisch ne abkaufen willst nicht hab mir gerade überlegt ob ich das abkaufen soll aber ney Lorenzo like ich will und gern die Hühner abschlachten nachher krieg ich noch Ärger aber wo wir die abschlachten können ist da oben bei der Arena ich habe hier schon mal ein bisschen mehr Nahrung wir müssen das euch nur anbraten und dann fertig und das ist gut jetzt die Game und Erfahrungspunkte es war jetzt nicht wirklich Spiel aber jeder wieder erfahrungspunkte bringt uns weiter Richtung nächsten Löffel ok hier oben gibt es nichts da gibt es noch mal ein bisschen laut gut soo dann würde ich sagen scheinen wir uns diesen Sumpf hier an und dann verabschiede ich mich bei euch und sage ja abonniere, like, den Kommentieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bye bye und tschüss Sikowski